Gewohnheit, alles Gewohnheit. Hier sind wir hier vorne. Hier sind wir auf einem Platz. Hier steht Kinschilf. Da steht einer drauf. Hand auf! Halt, Halt! Halt, Halt! 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 Oh, gut, 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 gut. Ja, ja, ja. 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 So, erste Spielemitte. Der Gastausbrück ganz bergte in Führung. Torschütze mit der Nummer 23. Christoph Bundner. Hey, hey. Hey, hey. Versteckung. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hol es. Wir können hin! Rutsch, 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 Rutsch! Rutsch, 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 Rutsch! Rutsch, Rutsch, Rutsch! Hey! Hey, Zamira! Danke! Erst mal los, auf ihr nötig! Hier vorne hinsame Band! Ich muss heute Cupshow nehmen. Herr Wiesen 4, komm weiter! Die war ja schon gut. Also muss ich schaden. Frag mir den selben Fall. Hallo! Schon bei dir im Auto? Ja? Ich hab den schon nicht vor und hier ist ja nicht vor. Ich hab den schon nicht. Er hält nun ein Roll. Hier ist er. Oder hat er... ...schuld. Stel mal, ich dachte, die lagen da irgendwo. Ohne den Deckel hat man den Feuerwerk ins Auto. Oder der muss auch die Neue umhör. Also ohne Deckel mache ich den Feuerwerk ins Auto. Ich weiß nicht. Da wissen wir, Oliver, weil die Schuppen sind kein Ding. Wir haben alles angesprochen. Die hat jemanden aus dem Archiv geholt. Die waren oben auf dem Regal. Die haben auf dem Regal. Die haben auf dem Regal. Das hat Reb gesagt. Das ist aber der Kistgelegen. Das ist euer Spieler. Doch. Wir haben auf dem Regal. 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 Nein! Katarina! Alter! Was? 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 Ich schlafe nur rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja wie ein Schöno hier! Das ist doch ein Kaseko! Das kriegst doch wohl so ein Schöno! Was soll ich doch nicht verstehen? Kaseko rutscht jetzt um den Schöno. Ja, der Dritte, ne? Ja, der Dritte, ne? Oh, ich zeig ihn dir. So eine Nase, oder? Na, habt ihr überhaupt Müdigkeit irgendwie? Dann wusste er ja nicht, was er machen sollte. Nein, dann ist das die Mühle. In der Mühle hätte da noch keine Fahne gehoben. Und immer auf Helgi Mühle zeigt eine rote Karte, oder? Ich grüß ihn immer bitte. Ne? Die Kaffeele hat hier neue Füße. Ja! 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 Ja, ja, ja! 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 Ja, ja! Ja! Vielen Dank. 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 Ich dachte, du bist ja auswechselt. Vielen Dank. Okay. Schieß doch mal aufs Tor. Ja. 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 Vielen Dank. 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 ... 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